Liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und die Opfer meiner heutigen Verkostung werden zwei Black Bulls. Black Bull, da haben wir wieder was Interessantes ausgegraben. Dank meinem lieben Freund bzw. meinem Edelfan auf meinem YouTube-Kanal, der mir auch immer die längsten Kommentare schreibt, dem Tobias. Tobias, hallo. Der hat mir diese beiden Kandidaten hier wärmstens ans Herz gelegt. Und die beiden Black Bulls, die reizen mich auch schon die ganze Zeit, weil ich mich ja im Moment auch ein bisschen mit Blended Whiskys beschäftige und irgendwie die eine oder andere Perle da schon ausgegraben habe. Gibt natürlich auch viel Schrott, aber diese beiden schneiden auch in den Foren immer relativ gut ab. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit, die Restflaschen vom lieben Tobias zu bekommen. Da ist dann auch noch ein kleines Semple dabei. Da sage ich dann auch noch was dazu. Das werden wir dann dazunehmen. Ist nämlich ein kleiner Unfall passiert. Ganz witzige Geschichte. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben hier zweimal Black Bull. Einmal ist es der 12-Jährige, der auch schon viele, viele Medaillen gewonnen hat mit 50 Volumenprozent. Ist ein Blended Whisky. Man sagt so 55, 45 ist er gereift in, äh, nicht gereift. Hat er Single Malt Anteile drin, 12-Jährige und 45 Grain Anteil. Andere sagen 50, 50, also ich bin nicht dabei. Von daher belassen wir es mal auf 50, 50. Gereift ist er in Ex-Bourbon Fässern und in Ex-Cherry Fässern. Abgefüllt werden beide von Duncan Taylor. Der Preis von dem 12er, der liegt irgendwo zwischen, hm, da muss man immer echt ein bisschen gucken, zwischen 28 und 37 Euro. Und von diesen Peated Edition zwischen 27 und 30 Euro. Ein bisschen günstiger, weil er wahrscheinlich auch keine Jahresangabe hat. Beide Whisky sind nicht filtriert und nicht gefärbt. Der Black Bull 12 ist unpeated. Der Black Bull Peated Edition, wie es der Name schon sagt, aber NAS, ist gepated. Dann wollen wir uns die beiden nochmal anschauen. Als erstes zeige ich mal die Flaschen. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich die da mal vernünftig ins Bild halten kann. Also, ich muss ja auch wieder sagen, ich bin ja Marketing-Opfer. Das wisst ihr ja wieder. Und mir hat die Flasche, weil ich ja Black Art Fan bin, schon immer gefallen, weil es mich so an Black Art erinnert. Dann gibt es ja noch den Bourbon aus Amerika, den Buffalo Trace, der ja auch mit seinem Bison immer unterwegs ist martialisch. Und hier haben wir halt diese schöne schottische Kettle-Rind. Und ich finde die Flasche einfach echt gelungen. Es sind schöne Ausstattungen, hochwertig gemacht. Und ein Hingucker auch in jeder Bar. Also von daher haben mich die schon immer interessiert. Und jetzt bin ich auch mal gespannt. Die sind ja beide nicht, jetzt muss ich bloß schauen, dass ich es nicht vertausche hier. Wenn man sich mal die Farben von den beiden ansieht. Man sieht schon, dass bei dem 12er anscheinend ein deutlich höherer Sherry-Anteil mit dabei ist. Bei der Reifung von dem anderen konnte ich nämlich eigentlich nichts feststellen. Ich gehe davon aus, dass der nur in Bourbon-Casks drin ist. Weiß ich aber nicht. Müssen wir uns jetzt dann gleich anschauen. Ja, wie gesagt, gefärbt sind sie nicht. Es sind beide schöne Farben. Das hier ist ein Strohgelb und das hier ist ein schöner dunkler Goldton. Leicht ins Bernstein gehende. Da würde ich sagen, halten wir mal das Näschen rein und fangen mit dem 12er einfach mal an. Beide haben übrigens 50 Volumenprozent, was ja schon eine Ansage ist. Der tritt frisch an, leicht medizinisch, süß. Kommen rote Früchte. Bisschen frische, frisch geschnittene Wiese. Leichter Kakao-Touch, also keine Schokolade, sondern eher so ein Kakao-Kakao-Anklang. Anklang. Honig. Ja, und dann hast du ganz leicht frische Kräuter. Und das war er dann aber auch. Also, wie gesagt, du hast eine leicht medizinische Note, du hast eine gewisse Grundsüße, Vanille-Honig-lastig, rote Früchte drin, Kakao und frisch geschnittenes Gras. So am Fußballplatz, wenn es frisch beregnet ist. Dann würde ich sagen, probieren wir den mal. Weich und mild? Nein. Würzig, volumnös, süß. Sherry-Aromen. Trockenfrüchte. Obstkombat mit einem Schuss Sahne drin. Rotten. Malz. Ganz leichte Schärfe entwickelnd. Und richtig gut. Tobi, kann ich dir nur sagen, und auch allen anderen, die den verkostet haben. Der hat einen guten Geschmack. Richtig, richtig lecker. Und was mir sehr gut gefällt, trotz dass da 50 oder 45 Prozent Grain-Anteil drin sind, ich habe keine Bitterkeit. Ich kriege nicht dieses typisch Grain, dieses hafrig-bittere, kriege ich hier nicht raus. Also wenn du es blind hingestellt hast, wäre ich wahrscheinlich nicht direkt auf einen Blended Whisky gegangen. Hätte ich schon gesagt, das könnte auch ein Single Malt sein. Also da ist schon ein hoher Anteil drin, meines Erachtens. Und die zwölf Jahre, die tun dem auch gut. Jetzt nehmen wir uns einmal den anderen, den Pepeed Edition. Ja, okay, der riecht ganz anders. Ja, da kommt auch sofort ein ledriger, speckiger Rauch. Dezent. Mit einer schönen Salzigkeit. Erinnert mich fast ein bisschen an meinen Lettschig. Bisschen medizinisch, jetzt kommt auch irgendwas Fauliges durch. Kräuternoten, deutlich. Geröstetes Karamell. Und ein Rockenvollkornbrot. Und wenn überhaupt eine Frucht, dann würde ich sagen, neben diesen Dörr-Sherry-Früchten, kommt so frische Äpfel mit raus. Also die Nase finde ich von dem sehr lecker. Das muss ich jetzt echt zugeben. So, der erinnert mich auch ein bisschen von der Nase her an den Old Perlendron. Zehn Jahre, den ich neulich euch auch empfohlen habe. Nur, dass der deutlich günstiger ist hier. Ja, ja. Ganz dezenter Rauch und wirklich so ein speckig-dreckiger Muff-Rauch. Mit einer schönen Salzbrise und Kräuteraroma. Geröstetes Karamell, frische Äpfel. Also, ich verkoste auch den. Also, erst einmal. Dritter. Malzig-süß. Ist auch volumnös. Die fucht sich. Die merkst du. Aber nicht störend. Dann hat er zitrische Noten drin. Das nächste, was mir auffällt ist, er wechselt dann von dem süßen rüber in eine dezente Rauchnote. Die ist gar nicht so stark. Die ist aber wie ein Aschenbecher. Das ist ein kalter Aschenbecher-Rauch. Dann kommen hinten so wie salzige Erdnüsse. Und der Rauch ist wirklich so ein Aschenbecher-Rauch oder wie eine glimmende Lagerfeuerglut. Ne, ich würde ihn aber fast kälter umschreiben, weil Lagerfeuer ist ja ein heißer Rauch. Malzig, süß, salzige Nüsse und dieser wunderbare Aschenbecher-Rauch. Also, auch da muss ich sagen, echt überraschend gut. Ja, und für den Preis, wow. Beide gut. Also, ich muss sagen, ja, der riecht total nach Sherry jetzt. Das ist brutal. Also, wirklich eine wundervolle Nase. Und der hat den Grundcharakter schon irgendwo mit drin. Eher aber bourbon-lastig würde ich den umschreiben. Und dann kommt dieser dezente speckige Rauch drüber, der sich wunderbar in diesem Blended Whisky macht. Also, ich muss wirklich sagen, zwei Kandidaten, die ich wahrscheinlich mir mal zulegen werde. Weil für das Geld mit der Ausstattung, das kann man auch mal zum nächsten Whisky-Stammtisch mitnehmen. Also, beides hervorragende Blended Scotch-Whiskies. Ja, Abgang ist bei beiden relativ lang. Die bleiben schön im Mund stehen. Also, ich sage, mittellang sind sie auf jeden Fall. Und wie gesagt, auf der einen Art eher die Süße und die Malzigkeit stehen. Der andere ist lang anhaltend, würzig. Entwickelt vielleicht manchmal sogar so eine Spur Zimt. Hat auch von den Gewürzen sowas ein wenig wie Nelke mit drin. Und ist wirklich ein toller Whisky. So, und jetzt machen wir, deswegen trinke ich die auch nur einmal, noch etwas mit dem da einen Schluck. Da bin ich jetzt nämlich mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht welcher, ich werde es aber gleich merken, wenn er rauchig ist, wie der liebe Tobias mir diese Whiskies umgefüllt hat. Hat er sich natürlich die anderen oder den Rest seiner Flaschen, weil er mir super lieb, danke nochmal Tobi, die Flaschen zur Verfügung stellt, damit ich das Video drehen kann. Hat er sich die umgefüllt in andere Flaschen. Hat dann eine wunderbare Tonflasche genommen, die er gedacht hat, die ist leer. Und hat ein wenig übersehen, dass da noch ein bisschen Mäht drin war. Und jetzt hat er mir ein Sample abgefüllt von einem Black Bull Mäht Finish. Werde auch mal als Spaß und als komödiantischen Teil den auch nochmal. Es müsste auch der normale Zwölfer sein, weil der riecht jetzt nicht rauchig. Ja und da kommt auch eine ganz andere Note, da kommt so eine Mähtnote schon rüber. Jetzt trinke ich nicht so oft Mäht, aber ich bin mal gespannt, also auf euch meine Lieben. Der geht auf den sowieso schon süßen Black Bull nochmal drüber und haut hier nochmal dieses Mäht einmal quer durch die Geschmacksknospen. Und als allerschönstes dann zum Schluss zieht er dann aber die Süße wieder runter. Da kommt viel mehr von dem Fass, von der Bitterkeit dann durch. Also auch das, schönes Experiment, ist zumindest nicht verhunzt, wenn du auch jetzt einen anderen Whisky in deiner Tonflasche hast. Naja, so what? Also meine Lieben, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ich kann euch eine Kaufempfehlung aussprechen für beide Kandidaten. Sehr, sehr leckere Blended Scotch Whiskies und auch nicht teuer. In einer schönen Ausstattung mit tollen Eckdaten, nicht gefärbt, nicht filtriert, beide 50 Volumen Alkohol. Also wirklich, da können sich einige Single Maltz echt eine Scheibe abschneiden. Tolle Empfehlung, lege ich jeden ans Herz. Kann man immer daheim haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann sehr schön Daumen nach oben und wie immer gerne ein Abo dalassen. Ansonsten verbleibe ich wie immer, raise your horns, stay hard und slange ma. Bleibt mir gewogen, bis nächste Woche, euer Whisky Häcksler. Haut rein! Ouf!